Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Tagesdaro am 8. November 2017 10 der Schwerter Eine schwere Zeit, Traurigkeit, Trauer, Tränen und Zweifel Und wir sollen diesen Zustand beenden, Punkt Das kann die Arbeit bedeuten, weil wir da zweifeln Oder droht die Arbeitslosigkeit Kann auch die Partnerschaft bedeuten Kann auch die familiäre Situation bedeuten Aber auch Freundschaften Schwierigkeiten und Sorgen und viel Tränen Und das beenden wir jetzt mit einem Schwung Und wir brauchen die Einstellung Das Leben geht weiter Und dadurch kommt etwas Neues Weil es öffnet neue Möglichkeiten Es öffnet sich eine neue Tür Und es ist erfreulich Und das ist gerade diese Wandlung Die Tränen beenden und dann kommt die Lebensfreude Diese Taro-Energie ist natürlich allgemein In welcher Situation befinden Sie sich gerade Und wie soll das weitergehen Sie können gerne Ihren Fragen stellen Auch all das, was den Alltag betrifft Wie zum Beispiel Wie zum Beispiel Liebt er mich noch? Kommt er zurück? Sehe ich sie in den kommenden Tagen? Wie ist es mit Freundschaften? Kann ich in dieser Arbeit bleiben? Bekomme ich einen neuen Arbeitsvertrag? Soll ich umziehen? Soll ich diese Schulung machen? Soll ich auf die Reise gehen? Bin ich spirituell veranlagt? Und, und, und Es sind Fragen, was den Alltag betrifft Aber es sind auch wichtige Fragen Und dazu empfehle ich die Blitzberatungen Wie funktioniert das? Per E-Mail Mein E-Mail-Adresse ist Blitzberatung At Denderasusanna Medici.com Sie beschreiben Ihre Lebenssituation Stellen Ihre Frage Und ich beantworte diese E-Mails Natürlich auch blitzschnell Mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro Und nicht vergessen Ein guter Rat Ist immer Gold wert Und mit diesen Worten verabschiede ich mich Ich bedanke mich für das Zuschauen Mein Name ist Denderasusanna Medici Willst du dich Ich bedanke mich für das Zuschauen Und mit diesen Worten Ich bedanke mich für das Zuschauen Und ich bedanke mich für das Zuschauen Vielen Dank.